In Reuthe gibt es viele schöne Plätze. Jeder hat so sein eigenes Lieblingsplätzchen in diesem lebens- und liebenswerten Ort. Es ist die Aufgabe des Bürgermeisters und des Gemeinderats, gut auf diese Plätze aufzupassen. Liebe Reuternerinnen und Reuterner, meldet uns doch ein Foto von eurem Lieblingsplätzchen. Wir schicken euch dafür eine Tasse mit der Botschaft, die uns verbindet. Sendet uns ein Foto von eurem Lieblingsplatz an info.at und vergesst nicht eure Postadresse mit anzugeben, damit die Tasse zu euch findet. Wähle ein starkes Team, keine Partei. Seichner Günther und Bürgermeisterliste Günther Seichner.